ok jetzt kommt freizeitpark habe ich gar nicht gemacht also die spielliste und damit hat oderseits und willkommen zurück bei rainbow 6 siege jetzt habe ich gar nicht die spielliste ausgewählt es kommt trotzdem freizeitpark du hast schnelles match ausgewählt ja aber nicht die playlist dann ganz normal eben schnelles match spielliste ist noch mal extra schnelles match ist jetzt locker andersherum locker ist jetzt schnelles match was ich aber gesehen habe als gerade die team symbole angezeigt wurden also das kartenbild stand in der mitte netz 2 mit so einem pfeil der sich im kreis dreht heißt alle zwei runden wechseln aber hier gibt es ja eben das maximal fünf runden na alle zwei runden wird die seite gewechselt würden wir jetzt hier rang spielen schätze ich mal wäre es genauso dann spielt man immer zweimal eine seite keine luke mehr ich glaube da steht jetzt die trennwand bei der luke das gerät wurde aktiviert das gerät ist in position kommt schnell wieder auf nur noch zehn sekunden das gerät ist vorbereitet nur noch fünf sekunden oh geil hier kann man hoch die gegner haben eine bombe entdeckt zum angeboten die gegner haben eine bombe lokalisiert auf eindliche aktionen vorbereiten schnell bevor die das fenster aufmachen die amerik na toll bekommensmitte oh das ist aber ein hohes besonder bösches auge eingesetzt ich sichere die wand was genau zwitsch haben sie sicher doch der hat das spiel verlassen der dich umgebracht hat oder der wurde verlassen weg hackerei das wäre es nexus hat einen kill und der ist noch da ich bin der einzige der gestorben ist ok dann hießen zwei so matte nicht den stachel rausziehen lass das das bleibt ganzes besorge entschärfer im nebenraum ja ich glaube der ist schon entweder im bad er muss dann im bad sein weil der andere ist ja nicht in der matte oder bei der ist ja keiner in der matte ne bei matte ist ja am fenster und äh fenster gewesen und in der tür dann entweder bad bei lagerraum ist noch keine matte am fenster die matte ist kaputt gegangen da ist der reinrainer rein und hat die zerschossen ach so hat er schossen ein gegner verbleibt oh hast du den markiert das war gerade sehr wertvoll er rennt wieder rum der kann den mobilen schild zerstören der kann den zerschweißen im mobilen schild der hat eine batterie von mir zerstört der ist gerade im klor gelbe ping der zerschweißt gerade den schild bald das all da siegt schwarzbild ne gebannt werden ja da ist es durchgerutscht weil ein paar rausgeworfen wurden die noch im gegnerteam sind und die auch noch spielen wo sind man eigentlich erstmal operat zu sichern im schlafbereich kindertagesstelle aber IQ hat sich auch erstmal um den Stachel gekümmert als um das böse Auge ist auch eine schwierige Entscheidung ja was wird sie machen alle 2-3 Sekunden zieht der Stachel 4 Lebenspunkte ab ja und beim Eintreffen 10 den Bereich sichern die Bomben weiter schützen das Maverick aber nicht zuerst den mobilen schützt da schweißt er das war überraschend ne da brauchst du nicht sehr aber da brauchst du nicht sehr dass das Fall hier ist äh no no nur noch 10 Sekunden 5 Sekunden jetzt das Ruhm hier ist not was ist das das ist Kunst ich will keine Kontakte untertäuschen wenden ich hab noch kein besorgen gebracht nimm doch einfach ne Kontaktkanaten ist doch egal wenn du damit Kills machst jetzt haben wir oder aber EMP Mann Achtung die Gegner haben eine Bombe lokalisiert ach komm Alter das kann doch nicht sein das ist doch ein Witz hallo der sieht mich doch doch nicht mal was drilln das ok ja ich hab keinen mehr da hinten auch wie ist das nach links rüber gerannt nach links ok ja nur noch ein Gegner übrig letzter Verbleibung für die nein eigener Truppe eliminiert Mission gescheitert kacke ja da hat das Alda verloren na schäm dich ja sollte sich schälen jetzt leider vier Gegner ne fünf ein ein ja schälen ja 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 ich du Wir müssen eine Bombe aufschwüren. Drogenlabor sauber. Klingt wie oben. Es ging gerade irgendwie eine Luke kaputt oder es wurde eine verstärkt. Ja, kommt von oben. Ich glaube gleich Ecke wie wir. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Das kann ich mir sehen. Oh oh. Gab's Frau, oh nö. Das ist deine Aufgabe. Nee, Frau Frost ist meine Aufgabe. Kann mich gar nicht um alle Mädels kümmern. Am Ende fühlt sich noch eins vernachlässigt. Eine. Da ist einer rausgerannt. Hm. Wollte bestimmt die Außenkamera kaputt machen. Hat nicht getroffen. Hier oben rein. Ich würde ganz gerne wieder Cafeteria rein. Gut zerstört und Zugangsschwörn. Aufmachen. War nicht verkehrt, ja. Ich gucke mir da Drohne mal rein. Ja, hinter dem Tresen ist Alibi. Hinter dem Tresen Hologramm und Alibi selbst. Hab Alibi. Alle Hologramme jetzt missachten. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Plumps. Der Entschärfer liegt draußen. Oh, scheiße. Am gelben Ping ist jemand. Na, ich versuche mal den Entschärfer zu machen. Hinten im Gang ist noch jemand am gelben Ping. Ich hab ne Kappkamine weggemacht. Oh, das ist nett. Ich wäre reingerannt. Deswegen, ja. Grabschfrau ist hier oben. Bei der Kindertagesstätte. Lesion ist hier oben auch. Grabschfrau ist hier noch. Lesion hab ich. Grabschfrau kommt raus. Grabschfrau hab ich. Grabschfrau, Lesion weg. Oh, das ist auch noch hier oben. Hinter dem umgekippten Tisch oder was es da ist. Okay, gut. Hier auf der rechten Seite. Rechts, 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 rechts. Rechen geht rechts. Genau, da hockt er, wo du jetzt hinguckst. Schrank, Tisch, was immer das auch ist, da hockt er. Er guckt mit seinem Gerät. Herzschlagmann bei mir. Kappkann woanders. Er guckt wie der Gerät. Herzschlagmann hab ich. Bin fast im Eimer. So, hier war nur eine Liene. Mehr geht ja gar nicht. Alles verstärkt. Ich guck mal wieder da drinnen. Ich hab keine mehr. Scheiße. Ich hab auch keine mehr. Guck bitte Kilcam an. Unser Einer ist am Eigent. Scheißdreck. Eigener Druck getötet. Ach so. Gahhh... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade, 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 war zwar nicht so knapp wie die letzte Partie hier, aber hat dennoch sehr viel Spaß gemacht, weil auch ziemlich viel los war, 10 Eliminierungen ist ja nicht ohne, aber da sieht man einfach mal, wie wenig das wert ist, man kann 10 Leute umbringen und trotzdem verlieren. und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. untertitelung des ZDF, 2020